Mit den Glasprodukten von Schott ist wahrscheinlich jeder bereits im Alltag in Berührung gekommen. Seien es Tablet-PCs, mobile Navigationssysteme oder Smartphones. Heute stellte Schott in Jena sein neues Produkt vor. Glas, das deutlich härter, kratzfester und bruchsicherer ist als die Gläser der Mitbewerber. Der Sensation Cover lautet der Name des ultraharten Cover- und Touchglases für den Einsatz in Smartphones und Tablet-PCs. Hergestellt wird das neuartige Glas in Jena auf einer Anlage, die ursprünglich für Flugzeugverglasung konstruiert wurde. Das Besondere dieser Anlage ist, dass es eine Micro-Floid-Anlage ist, die in der Lage ist, die Eigenschaften herzustellen, die mit anderen normalen Floid-Anlagen nicht hergestellt werden können. Also zum Beispiel das Micro steht dafür, dass die Anlage eine gewisse Größe hat. Deshalb eine gewisse Größe haben muss, weil das Schmelzaggregat diese Temperaturen, wenn es größer wäre, gar nicht aushalten wird. Aushalten kann das Sensation-Glas einiges mehr als die der Konkurrenz. Das demonstriert auch ein standardisierter Falltest mit einer Stahlkugel. Ein weiterer Vorteil soll die deutlich geringere Verarbeitungszeit sein. Wenn Sie sich die gesamten Industriezweig angucken, ist es einer, der am allermeisten wächst. Und mit denen wir zu tun haben, sind Leute, die in Asien ihre Verarbeitung auch haben, aber auch in Amerika und so weiter. Das sind alles welche, die ein enormes Wachstum an den Tag legen. Und deshalb habe ich erst mal Vertrauen für die Zukunft. Wenn die namenhaften Hersteller von Consumer Electronics sich für eine Zusammenarbeit mit Schott und dem Sensation Cover entschließen, könnten die ersten Produkte Anfang des nächsten Jahres bereits auf den Markt kommen. Mit einem strapazierfähigen Spezialglas Made in Germany. 2.